So, willkommen zur neuen Folge. Heute erkläre ich euch RTR. Viel Spaß. RTR, also Ready to Run, beteiligt Modelle, die direkt abkauft werden können, ohne dass man noch Zubehör wie Tuning-Teile, Erdachsteile, Werkstatt und sowas kaufen muss. Und daher sind sie auch sehr gut als Anfängermodell für den RTR. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei und haben einen schönen Tag.